ja guten abend meine damen und herren ich freue mich auch nach so langer zeit vor zwei wochen haben wir das letzte mal hier gesehen hier im agl care workshop begrüßen dürfen heute abend am 8 mai tag der befreiung ja und somit denke ich es ein guter abend guter tag der mit unserem workshop im agl care workshop beschlossen werden kann und ja ich begrüße sich herzlich freue mich dass sie hier mit dabei sind freue mich da auch darüber dass sie eventuell dann im nachhinein sich die aufzeichnung anschauen wenn sie sich die aufzeichnung anschauen begrüße ich auch sie recht herzlich dankeschön an meine eltern ihr unterstützt mich sehr gern und sehr liebenswürdig und das erleichtert mir hier so ein bisschen die präsentation und ja wir jetzt gar nicht lange vorreden weil wir ja uns und ich mir die pause gegönnt habe immerhin sind wir jetzt schon in der zweiten woche vom mai am 8 mai die hat heute begonnen so immer man könnte sich an die kürzeren wochen gewöhnen wenn wir nächste woche schon wieder ein feiertag und ja also in diesem sinne 8 mai agl care workshop los geht und dann geht es auch gleich los mit meiner präsentation und ich habe auch die richtige ausgewählt bin ganz froh drüber 8 mai wie gesagt jetzt schon mehrmals gesagt und hier unser agl care workshop ich gebe ihnen auch gleich die falls zur verfügung zum download wer das gerne möchte kann das jetzt tun und hier habe ich noch einen wichtigen hinweis für sie diese informationen werden nach bestem wissen und gewissen weitergegeben sie sind ausschließlich für interessierte und zur fortbildung gedacht und keinesfalls als diagnose oder therapie anweisung zu verstehen wir übernehmen keine haftung für schäden irgendeine art die direkt oder indirekt aus der verwendung der angaben entstehen bei verdacht auf erkrankung konsultieren sie bitte ihren arzt oder heilpraktiker ja ich möchte hier auch wieder damit beginnen ihnen darzustellen wie die vorgehensweise vor körperpflege mit agl care also wie diese vorgehensweise funktioniert und sie sehen das hier auf dieser folie schematisch und modellhaft dargestellt sie haben hier im ersten feld den zustand die zelle gerät also auf zellenebene bezieht bezieht sich das hier die zelle gerät oder erlangt saustoffmangel der oder ist durch infektionen durch parasiten befall also bakterien viren würmer pilze einzeller kommt sie in eine situation die sich energie krise nennt weil sie bekommt nicht genügend energie oder kann ich genügend energie herstellen für ihr überleben das ist aber das zweck der zelle dass sie überlebt dass sie ihr leben lebt und somit hat sie die möglichkeit das sehen wir im zweiten teil der des schemas in einen ersatzstoffwechsel zu wetten sich zu retten seine alkoholische gärung man nennt es auch krebsstoffwechsel und was dabei auch noch passiert ist dass das milieu um die zelle sich verändert und einmal dieses sich verändernde milieu ruft mikroorganismen auf den schirm die sich dort extra noch ansiedeln aber auch diejenigen die sich da bereits angesiedelt haben und dafür gesucht gesorgt haben eventuell dass es zu dieser energiekrise kam die haben die möglichkeit durch dieses geänderte milieu sich auch noch zu vermehren und das möchten sie natürlich dass es ihr ihr lebenssinn und sie erhalten gelangt in disbalans und erhalten eine symbiose mit der uns sich darstellenden erkrankungen mit dem symptom und das ist der zustand den wir bevor wir agilcare einsetzen eventuell erreichen und dann natürlich für uns ist die lösung agilcare einzusetzen also wir setzen agilcare gegen diese störenden beeinträchtigenden mikroorganismen ein und zerstören sie wir eliminieren sie und mit der geeigneten entgiftung wir empfehlen ja dazu natur co die 10 mikrometer da haben wir die gründe schon vielfach beschrieben mit damit werden sie aus dem körper entgiftet und warum agilcare warum setzen wir agilcare hier ein und wir haben mit agilcare sehr sehr viele vorteile die ich ihnen hier noch einmal zur übersicht aufgeschrieben habe ihn auch noch mal jetzt erkläre wir arbeiten mit agilcare zielgerichtet und selektiv gegen die störenden mikroorganismen in dem wenn wir erkenntnis haben welche mikroorganismen hier betroffen sind uns beeinträchtigen können wir in die entsprechenden programme auswählen selektieren sozusagen um sie dann mittels der entsprechenden frequenzmuster zu eliminieren wenn man die erreger nicht kennt aber zum beispiel eine diagnose kennt oder das symptom eingrenzen kann so hat es auch dr reif erkannt und die methode die wir mit agilcare umsetzen hat er entwickelt dass und so dass man dagegen die erreger vorgeht die bei der erkrankung also laut der diagnose beziehungsweise dem symptom beteiligt sind so haben sie halt hier die möglichkeit auch für sich zu hause sehr einfach hier ohne großartige wissenschaftliche biologische medizinische kenntnisse trotzdem agilcare für sich selbst einzusetzen das ist ein sehr enormer vorteil und deswegen habe ich das hier auch sehr ausschweifend beantwortet es gibt keine überregulation wenn wir agilcare einsetzen da ja nur diejenigen selektiv ausgewählten störende mikroorganismen eliminiert werden die vorhanden sind das heißt also bei nicht vorhanden sein von mikroorganismen also diejenigen die wir zerstören wollen werden die frequenzen schadlos durch den körper geleitet und es wird keine resonanz erzeugt sie haben damit auch die möglichkeit agilcare bequem zu von zu hause aus zu nutzen ein weiterer vorteil für sie selbst den sie natürlich auch immer wieder nutzen und sie können sich belesen sie können sich selbst auch kenntnis über beteiligte mikroorganismen erlangen können symptomatisch vorgehen also dass sie sich überlegen was ist jetzt eigentlich das symptom was mich so sehr stört und können hier mit agilcare arbeiten aber sie haben auch die möglichkeit zu testen ich meine jetzt dabei das austesten bzw ausprobieren wenn ich von testen spreche aber es gibt natürlich auch diejenigen die hier verstehen dass es sich um ein energetisches testen handelt also wenn das jemand kann der kann das natürlich für sich selbst austesten oder wenn das ein dritter kann der das für sie sehr gut austesten kann dann kann man das auch natürlich durchführen die möglichkeit haben sie immer dass sie uns kontaktieren sie erhalten von uns auch die empfehlungen die stützen sich auf unsere erfahrungen die mehr als 35 jahre zurückliegen uns rückgemeldete erfahrungen von anwendern die erfolgreich gewesen sind sowie unsere erkenntnis der erkrankung und erreger die wir erlangt haben im laufe der zeit so dass wir sie hiermit unterstützen können und natürlich wenn sie uns dann weiter ihre erfahrungen mitteilen so haben wir dann auch wieder die möglichkeit dann unsere repertoire an empfehlungen dann auszuweiten wie anwender damit vor so vorgegangen sind habe ich ein paar beispiele mitgebracht die einfach nur zeigen wie einfach es sein kann eben hier mikroorganismen zu zerstören mit agilcare in dem nämlich zum beispiel im fall als eines älteren mann hat einen insekten bis erlitten und als gar nicht gemerkt aber inzwischen ist es um rund um den bis etwas gerötet gewesen und geschwollen und da hat derjenige sich auch erst ein versierter anwender von agilcare sich gedacht mensch es könnte sich eventuell um borrelien aber auch um dort erreger handeln die mit zusammen mit borrelien zu uns gelangen und hat für sich die anwendung s y 26 borrelien leim batonellen herausgefunden zusätzlich natürlich was naheliegend ist die anwendung u 5 0 insekten bisse um hier entsprechend die beteiligten mikroorganismen loszuwerden zu eliminieren um hier diese rötung und schwellung dann zu reduzieren und es ist ihm auch gelungen ich glaube es hat er hat uns mitgeteilt glaube drei tage hat es gedauert aber stückchenweise sukzessive ist eben diese rötung und schwellung zurückgegangen und was ihm dann natürlich den erfolg bestätigt hat eine weitere dame hat eine blasenentzündung oder immer wieder blasenentzündungen gehabt und auch die entsprechenden anwendungen angekehrt durchgeführt ist damit nicht ganz gut zurecht gekommen und siehe da sie hat dann die anwendung c 4 3 8 die heißt chronische blasenentzündung durchgeführt ob dann letztendlich und da ging es dann doch relativ schnell also es circa eine woche hat es gedauert wo dann mitgeteilt werden konnte ja ich bin hier erfolgreich ich habe jetzt diese symptome meiner ständig wiederkennen blasenentzündung nicht mehr hier vorhanden kann sie nicht mehr bemerken und bin sehr gut zurecht gekommen ist natürlich super und wir finden das sehr toll das eben auch hier probiert werden konnte das eben da nicht aufgehört wurde die symptome sind diejenigen und wir testen uns hier durch das ag care in dem fall durch die entsprechenden anwendungen die das symptome die erkrankung dann beschreiben auch etwas ähnlich also es geht um eine wiederkehrende harnwegs entzündung diesmal bei einem mann und hier ist es so dass sie wirklich also wiederkehrend ist also alle paar wochen taucht das wieder auf dass da entsprechend schmerzen zu verzeichnen sind und dass dort die anwendung der wahl die c1616 die nennt sich uretritis die wir wir uns mitgeteilt wird wird die mit ag care parallel durchgeführt das heißt also mit zwei kanälen also wir es nützt werden die großen haftelektroden genutzt und die handelektroden und zusätzlich dann nachdem dann dieses absolviert ist dann wird auch noch wasser markiert und dieses wasser dann getrunken was ebenfalls zu schnellen erfolgen bringt eigentlich schon am nächsten tag kann erzählt werden dass hier die symptome wieder weggegangen sind nachdem eben diese maßnahmen die ich gerade beschrieben habe durchgeführt worden sind als letztes habe ich noch mitgebracht warzen hier wird uns auch mitgeteilt dass dies sehr schnell funktioniert dass die anwendung a3 4 4 warzen heißt diese anwendung auch direkt wie wie das symptom und hier ist es auch so dass eben auch zusätzlich dass es unsere empfehlung zusätzlich noch die mondphase beachtet werden könnte und verstärkt ag care in den sieben tagen um den vollmond herum angewendet werden kann das heißt nicht dass in den anderen 21 tagen des monats eben oder das sind ja ein bisschen mehr 24 tage des monats dass dort ag care nicht genutzt werden soll aber wir können uns in den sieben tagen rund um den vollmond darauf konzentrieren und ag care verstärkt anwenden und ausnutzen dass hier anscheinend die erreger aktiver sind bei wir dann das ausnutzen dass wir sie besser erreichen können ein weiteres beispiel der erreger die uns immer wieder begleiten und auch die wie sie gleich erfahren werden in jedem von uns stecken sind ist der epstein-barr virus es handelt sich hier um das humane herpesvirus 4 sind schon da in dem namen herpesvirus ist ein herpes und erstmals beschrieben wurde der erreger 1964 schon durch michael anthony eppstein und yvonne bar und diese beiden haben den ebv in einem b in b lymphozyten die sie von einem patienten mit bukit lymphom erhalten haben gesehen und entdeckt sie haben weiterhin entdeckt es handelt sich um ein oncovirus das also oncovirus heißt es sind tumorauslösende oder krebs auslösende viren ich habe immer ein paar beispiele mitgebracht für tumorauslösende viren damit sie wissen mit was man es da zu tun hat also einmal natürlich epstein-barr dann das humane herpesvirus 5 auch genannt zytomegalie virus und das humane herpesvirus 8 das kaposi sarkom virus aber auch die human papioma viren gehören mit zu den tumorauslösenden viren wir frauen wissen wir machen da beim gynäkologen ein paar abstrich um eben dort frühzeitig zu erkennen ob wir mit diesen human papioma viren belastet sind die dann eventuellen gebärmutter hals krebs auslösen diese trotz die anderen sind auch entsprechend beteiligt und deswegen tumorauslösende viren nach schätzung der amerikanischen krebsgesellschaft sind die tumorauslösenden viren für rund 17 prozent der krebsfälle verantwortlich das muss man sich mal kurz überlegen also dass die herpesviren wie wir sie hier kennen also epstein-barr herpesvirus 15 megalie virus daher gehören auch noch die hepatitis b und c viren dazu zum beispiel die sind insgesamt an 17 prozent der krebsfälle beteiligt und lassen diesen entstehen das sehr interessant auch für mich ist einmal sehr interessant solche sachen zu lesen und dann festzustellen mensch aber so viele maßnahmen gibt es gar nicht um sich gegen die erreger zu wehren wie kommen wir denn zu einem epstein-barr virus epstein-barr virus bekommen wir meist im kindesalter durch eine infektion durch die normale harmlose teilweise tröpfchen infektion gelangt der erreger zu uns manchmal wenn wir jugendlich sind oder im jungen erwachsenen leben haben taucht es dann aktiv auf als pfeifrisches drüsenfieber oder diese mononukleose wenn sie davon gehört haben das ist dann der ausdruck der erkrankung wie wir sie kennen aber in den meisten fällen ist es doch so dass es gar nicht ausbricht die krankung die erkrankung aber wir davon ausgehen dass wir bis zum wenn wir 40 jahre alt sind also alle menschen die das 40 40 lebens ja erreicht haben sind zu 98 prozent dieser menschen die sind mit epstein-barr infiziert das heißt eigentlich könnte man davon ausgehen alle menschen und dann steht der verdacht dass epstein-barr eine äthiologische also eine ursächliche rolle bei erkrankungen wie morbus hodgkin und anderen lymphomen hat aber auch die beteiligung an autoimmunerkrankungen wie multiple sklerose systemischer lupus eremitatodes rheumatoide arthritis aber auch hashimoto tyroditis ist steht in der luft also verdacht steht im raum und auch was bekannt ist dass es eben beteiligt ist am chronischen fatigue syndrom in dem fall den ich jetzt ihnen hier vorstellen möchte ist eine junge frau anfang 30 zunächst denkt man gar nicht an epstein-barr also wenn schwere angina mit mehr starken schwellung der amandeln und sie musste ins krankenhaus war diese erkrankung so schwer war weil das eben sehr stark geschwollen war das ist schon lebensgefährlich für die junge dame war und es wurde sogar eine mandel dann während dieses krankenhaus aufenthaltes entfernt aber die halsschwellung ging jedoch nicht zurück und man hat im krankenhaus auf erreger geprüft und epstein-barr noch gefunden also es wurde zuvor muss ich dazu sagen wurde zuvor noch überlegt und erwägung gezogen einen luftröhren schnitt durchzuführen bei eben die situation für die dame für das junge frau eben entsprechend gefährlich geworden ist und aber wie gesagt die erreger epstein-barr wurden gefunden glücklicherweise für die junge frau ist verfügt die mutter über ein agelkehr und noch mal glücklicherweise mit abstimmung und mit zustimmung der ärztin durfte sie das agelkehr dort einsetzen im krankenhaus und es wurde die anwendung u133 in dem fall durchgeführt und nach nur drei tagen ging die halsschwellung stark zurück weil eben das epstein-barr virus deutlich zurückgedrückt werden konnte das bisherige vorgehen somit was uns hier dargestellt worden ist hatte hier nichts ausgerichtet weil an der ursache also die beteiligung von epstein-barr nichts gemacht worden ist also auch die op der mandel dass die eine mandel herausgenommen worden ist hatte nichts gebracht und agelkehr konnte gegen die ursache hier eingesetzt werden und auch schnell helfen also die erreger wurden schnell effektiv eliminiert so dass eben die schwellung die dann dies gefährliche verursacht hat das eben die zurückgehen konnte ohne risiko im vergleich zu der maßnahme die zuvor eingesetzt worden ist die op beziehungsweise die in erwägung gezogen worden ist der luftröhrenschnitt ist hier dann der frau geholfen werden konnte der frau geholfen werden inwieweit jetzt da der kontakt mit der ärztin ist wie die darauf reagiert dass eben das auch entsprechend schnell durchgeführt werden konnte und erfolgreich natürlich durchgeführt werden konnte das wissen wir nicht wir wissen aber und dass diese sehr erfreuliche nachricht haben wir bekommen dass eben hier diese gefährliche situation für die junge frau entspannt werden konnte ja das war entsprechend mein abschluss von meiner präsentation hier für sie heute am montagabend hier habe ich noch mal unsere kommunikationswege zu uns notiert die kennen sie für das ticket für unsere telefonstunde zwischen 9 und 10 einfach hier uns anrufen und die fragen stellen sie bekommen sie beantwortet und wir freuen uns natürlich wenn sie uns wie die anderen personen deren fälle ich heute vorgetragen habe uns auch ihre fälle mitteilen ihre erfahrung mitteilen und wenn sie natürlich auch dann dies ihre erfahrungen auch mit anderen leuten menschen in ihrer umgebung teilen denen sie auch ag care empfehlen aufgrund ihrer situation eventuell aber sie kennen ja den umfang unseres anwendungskatalogs da findet sich für jeden etwas hier für sich die lebensqualität zu verbessern mittels der eliminierung der mikroorganismen und natürlich bedanken uns ganz recht herzlich wenn dies dann zu einem kauf eines ag care in unserem shop führt wollen und sie uns dann natürlich vorher mitteilen dass sie da das empfohlen haben und wir honorieren das sehr sehr gerne mit der provision für 150 euro pro gerät die da empfohlen worden ist ja schon mal ganz herzlich recht herzlichen dank im voraus wir freuen uns natürlich sehr darüber und wir freuen uns auch darüber natürlich wenn sie auch wie wir begeistert sind von ag care zum einsatz für die lebensqualität für die eliminierung der mikroorganismen die uns so stören ich habe jetzt meine präsentation beendet und freue mich auf ihre fragen Frau ein 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 ja